ARD Text im Auftrag von Funk Zach ihr Kartoffel Ja Thomas tötet mich Und willkommen zurück aufs GKVD, wenn Tobias noch nicht sagt dieser Lachen Ne chest, ne chest Wir spielen weiterhin Epic Trumpsman Ich hab meine Schuhe Schau auf die Goldschuhe, sie sind immer eher cool hier Mein Mercedes Steht vor der Tür Mein Mercedes kann 180 auf der Autobahn Wenn es da steht auf dem Gart Oh nein Ähh Du willst mir ins Blockkontest, sagst du? Kann doch nicht Nicht genau Nicht zu doof Ja ich merke Ja eigentlich ist das besser als keine eigentlich Über dir ist noch Weichwache Worte Ich muss aber wählen, du sprichst die Traptor umstellen Aber ich kann doch gar nicht erst springen Ja dann Die andere Musst du wählen Ja aber ich kann doch nicht springen, wenn das hier über meinem Kopf ist Ja du musst Wenn du das im Sprung, hier ist kein Traptor übrigens über mir Ja dann musst du zu Jonas springen Wenn ich jetzt so mach Pass auf, soll ich dir mal zeigen wie das geht Aber die kann Mach mal Ich hab grad dein Faith gesehen, das ist so schlimm Hehehe So soll das erstmal an einem Faser passieren und so Thomas lass mich das eben machen, ich hab das schon gemacht Achso, ja Hä lol, war ich jetzt oben Ja toll, ich war auch noch oben Aua, wer hat mich gehauen? Ich nicht Thomas, sag mal wenn du weg bist Ich geh mal hier an den Rand Ich will Und jetzt musst du dann rüber gehen Uhuuu, ich bin da Wie toll ich grad verhalten hast Ist ja richtig fair Ja, ich hab dir mal voll gezeigt wie das das gelaufen macht Und dann hast du mir das Ding umgeklappt Und dann hab ich's nicht vor dir geschafft, weißt du Oh, guck mal hier Ah, ich bin tot Genau Yes, how a bad look back in the 1.1 alpha Da haben sie recht, hat man noch Zeiten Dann wird's Ah Du bist so ein ganz witziger Ich merk's Ah, ich hab'n Witz, äh treff'n mich zur Anwälte Hier ist noch ne Tür Sag eine Alles fit bei dir, sagt der andere Hier ist übrigens ein Jackpoint, wo ich jetzt stehe Hier Das stimmt gar nicht, Thomas Ah, was macht Die ganzen Villager geben mir schon so'n bisschen auf den Nerv Der hat schon nen Ich hab'n die Geräusche von friedlichen Mobs aus Weil mich bei Ruff immer die Villager angekotzt haben Oh 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 Ja, geil, jetzt muss man einfach Guck mal, jetzt rücken wir hier runter und dann muss man einfach wieder hochjumpen Und dann? Oh, hinter Ich hab grad eine Bewegung gehört Ja, ich hab' irgendwas geöffnet Ja, hier, hier ist die Türbe Ja, hier ist die Türbe Hier ist die Türbe Ja, aber dann wieder Also so, dass er jetzt Alter, Thomas springe nicht runter, das ist schwer hier Äh, ich bin auch nicht runtergesprungen, ich schließ' Nee, eigentlich ist das nur für Tobias Ich war ja nur zwei Blöcke da runtergesprungen, als du gesagt hast, man muss wieder hochspringen Und dann bin ich, äh, dann halt hier geblieben Ja, du, äh Ja, du, äh Hier geht's, hallo, ihr bist hier, hallo, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Hier geht's raus Oh, nee In deinen Popo will ich reingehen In deinen Popo will ich reingehen Okay In deinen Popo Übrigens, er hat mir doch, hat noch mal gedacht, dass, äh, bei euch die Tonspur, wenn ihr so übelst behindert ist Das ist vielleicht an, ähm, Skyblick Hä, aber wie ist gar Da müsste deine über uns doch auch scheißen, nein Das liegt nämlich an die Caps Was? Ja Ja I like the game, it's also bei uns klappt das ja bin vielleicht Ja, ich weiß auch bei uns, bei mir, bei uns Wenn wir irgendwie nicht Warum auch immer Jünger machst du Alter Trickshot, ey Oh Leute, guck mal aus im Xmas Update Ey, warte fuck Ey, wir sind hier jetzt so viel Lava Ah, ich verbrenne Alter, die ganzen Monster Spawn Point Wir haben ein Sklett, was uns behindert Au, siehst du Das Sklett, das ist behindert Das behindert, das ist ne Das ist auf sich schütziert Was? Alleine die Geräte? Das ist awesome Wurde vorher gelogen Ich hab's nicht, ich hab's nicht gesehen Denn since Christmas was long ago, you get this awesome Xmas update Das ist ein Song The last Christmas I gave you my heart Das ist ein Song Ich hab's nicht gesehen Was? An Xmas immer so voll oft gespielt wird Ne, das ist Das stimmt immer fest, dann Oh, last Christmas Ich bin cool, I Prozent ich habe natürlich den der Zahnzeichen wir sind die Texturen anbaut Jodl zum Film oder beides ja alles wenn ich jetzt noch mal runterfall bin ich tot ich glaube ich falls einfach unter welchem 1 Punkt unter wo unterten man muss sein ist und beim letzten Sprung halter das hat gegen letzten Sprung du weißt du was wenn ich geschafft werde ich auch also nicht Blutsbruder Prozent 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 Blutsbruder ist oft gilt viel auf der Kälte und wird nein ich habe es nicht auch wichtig und sieben 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 21 17 und den Momenten steilen das war auch eine gute Anpassung bei mir überwärtig zugegeben die Noten vor allem Stolz in der Halle aus und zu sehen Oranjahrein die Gälder vor allem aber auch die Stelle wo wir in der Lobby sind und dann so anfangen der zu sehen so ein tausendmal berührt tausendmal ist nicht nur eine Art und andere nicht verübelst an und zu grünen Erich macht die Scheiße Aachen nein wieder den letzten Mal ab ist egal was ihr Leben was jetzt habe ich den jetzt habe ich den gar was erig macht es natürlich er ist auch der böse wenn er gewinnt obwohl da ist jeder der böse wenn er gegen dich gewinnt naja gegen mich das ja auch nicht na gut wenn man eins gegen eins mit ausgeglichenen waffen bei pvp macht ist das schon nicht einfach gegen mich zu gewinnen wenn er dann der ist mega easy so einfach rennen die einfach steuern würden also er ist liegen weiss schon ja ist bei mir ich habe mir auch nicht ich habe zu steuern geil wir können hier Prozent zu tun das wir um auf Thomas warten schnell töten aber warte warte ich mache es jetzt in der 5 einfach um zu sehen wie das aus ich werde mit der Koffers um das wollte ich jetzt sagen so wenn ich bin wenn man gegen mich mein Kraft Strategie spielt also dass man jetzt mit sich so einem Minimap macht wo man dann halt jeder Bogen und jeder Schwert und ein bisschen Rüstung und da muss man sich betteln habe ich habe ich mal mit Paul gemacht aus Langerweiler mit das was auf dem Server so schnell gebaut gehabt und um ich glaube so geschätzt 20 mal gespielt und ich habe jetzt mal gewonnen warte die vollkommen eh nachletzt und insofern kann ich ja den sagen mit allen zu Feindlichkeit vermutlich mehr ja ich freue mich voll auf die Runde aus eurer Sicht oh hast du gesagt das ist gut ja ich habe das geschafft ja doch laut ich bin einfach mal fast tot ey nein ich muss mich mal kurz töten tu das ich vermisse mich, ich vermisse eh keiner, ich weiß doch ich vermisse dich oh scheiß ich muss kurz weg ich habe eigentlich gedacht Tobi sagt ich werde dich vermissen weil wir zusammen den Kanal haben aber ist auch okay wollen wir nicht doch ein 3er Kanal machen und Tobi alleine ja genau du und ich ja genau die nennen wir dann der No, äh der Skillpicker ja genau obwohl der NoCraft der NoCraft ist eigentlich schon ein geiler Name der NoCraft ja wir sind zu schön und zu faul genau bei ihm zu schön von ihm ist schön ich bin so schlau ich bin der Adolf aus Braunau Oh ne, Entschuldigung falsches Lied, ups Thomas willst du zuerst sprengen? Ich will zuerst Ne, Tobias hol ich runter Nein ich hab dich nur einmal gehauen und hab's geschafft, also lass das So, from now on you're not allowed to break red rule Achso you're not allowed to break red rule also keine rote Rolle mehr breaken weil das ist ja verboten das haben uns eigentlich jetzt die Achso die Angeln haben wir ja an der Einstellung gebraucht so, ich warte mal hier oben auch auf könnte das jetzt endlich mal lassen so ein bisschen wie viele Gastrinnen habt ihr eigentlich? 1 und 8 10 nicht keine mehr 17,1 und 20 1 und 20 Gastrinnen hab ich ja 5 also du hast ja aber die von ihm noch ja ich hatte 8 boah, wenn ich behinderte 5 hier ist eine richtig schöne Rutsch-Party, da könnt ihr euch schon mal freuen, da kriegt ihr da ein paar Boote Boote, Boote, Boote! die einfach mal da drüben, dass auch nicht abbrennt und nicht da noch drinnen war, wo die Lava runtergekommen ist ach, das war noch Zeit, ne? das ist nur von Bessels, toll NEIN! Boah, du verfickter Murensohn! ja, ich weiß, aber gerade Bessels, das war's Wollen wir schon mal los? NEIN! stimmt, er nimmt ja auch, gell? genau! steck mal drüber noch ich... ich... hier besteht ja ein Bogen oder so äh, ich will dich da nur runter schuppen jetzt nehmt euch Boote, Boote, Boote! ich bin als zweiter, nein, ich häng auf dem Glas fest, ey, Digga, schön! äh, irgendwie kann ich die Boote nicht... ja, weil ich da bestimmt noch im Weg stand hui! nein, ich kann da jetzt ja, ich bin mit dem Boot einfach mal auf dem Grund aufgeschlagen nein, nein, nein! und tschüss muss man da, muss man da... bleiben sollen das Boot einfach aufstellen Alter! Thomas, bist du doch mit draufgekommen? äh, müssen wir ja nicht hier drüben weiterspringen? ja, ich bin runtergefallen äh, steig mal aus dem Boot aus ich bin ja, ich stehe... wir müssen nach hier vorne ich weiß, als ich ausgestiegen bin, bin ich runtergefallen ey, da rechts ist ne Truhe oder irgendwas ja, ne, da geht's gar nicht weiter irgendwie Thomas, bist du da hingegangen? nach rechts, da wo die Truhe war? ne, ich... das geht irgendwie nicht, man kann von dem einen klar... also, ich bin zu doof dazu von dem einen klar ist auf das andere da zu springen ach so, dann muss man sagen wir mal da aufgereicht bleiben aber, guck mal, hier ist ne Truhe auf dieser Seite ich hab, äh, torches... fackeln und... fackeln und bollene Apple bekommen so, was? I don't really think there, I don't need a bonus area I don't really think there, I don't need a single tools you want... what's coming up? ey, wir... hier sind... hier ist ne bonus... äh... äh... bonuslevel praktisch ah, ok, ich komm zu dir na, ich muss mich eben töten ach, Leute, nur so ne Idee, soll man die Länge jetzt einfach überlegen... äh, diese Folge überlegen machen also, ich hab das jetzt eh alles drin, sozusagen naja, gut... ach, ist egal... ist egal jetzt lass mich in Ruhe hier, oh, kleine Assi hier rass... rass... da ist da und da ist a bonus area only go there if you play on normal and not on peaceful you're allowed to play torches that you can grab from it wir sollen da nur reingehen, wenn wir auf normal spielen, ne? ach so, stimmt dann tun wir ne, wir spielen auf easy ja, dann machen wir jetzt auf normal hab ich ja, wir wollen eh selber protection ja, hab ich gerade eben angemacht als du... aus Versehen äh... na, ich hab ein Gastrainer bekommen man kann die auch ganz einfach von unten ausmachen äh, aufmachen, ausmachen hier drüben geht's noch weiter du bist krass dann nochmal fackeln, ich hab keine ich kann's bestimmt nicht nein, das ham... jonas nimmt die einfach ja, ich hab ne Gasträine weil ich die Gast habe hier ist noch irgendwas, awesome job ich kann die nicht öffnen Leute, hier geht's weiter, ne? nach da oben, oder was? ne, hab ich veracht ne, noch nicht ne, da... ich hab euch veracht da geht's nicht weiter geht's hier oben auch nicht weiter? ne, gut ne, ich hab nicht ich hab jetzt sieben Gasträne ich hab, äh... unter der Equipa SPOOM wer hat jetzt von euch beiden ne Gasträne fallen lassen? ich extra, weil ich eh nur eine hatte und dachte ich einer von euch sollte die bekommen na, er hat doch... ja, oh, Jonah ich könnte mir auch eine... ein Boot craften und das schaffen wir let's go, me, Mario 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 er hat es mit dem ersten Sprung er hätte sie verkacken müssen weil du gesagt hast wir schaffen wir können wir das schaffen? ja, das schaffen wir Hauptsache du findest mein Tod lustig ja ach dagegen ja unterstützt meine Region nicht what is this? someone throw up I smell so gut Skittels awesome Skittels ey, taste the rainbow taste the rainbow taste the rainbow smell the rainbow ich mach hier einen Spawnpoint lieber ich mach das Bonus-Ding ich mach das Bonus-Ding oh eiskalt 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 einfach wow, Torten und Kettenschuhe ja, da kann ich endlich mal meine alten gebrauchten Goldschuhe und Goldäpfel und oh geil schau auf die Goldschuhe, sie what is this? someone throw up habt ihr schon mal auf eure Schuhe erbliert ich hab das Bonus-Dingel geschafft, ich bin so gut oh, man braucht man muss das zu machen, den Dapper bekommen es ist jetzt drüben, wir müssen schicken ich bin jetzt noch irgendwas ich bin jetzt noch irgendwas komm hier, ohne After completing the roll map ok, dann geht oh, ich glaub die man habe ich schon mal gespielt ja, ja hab ich echt da hatte ich aber nachher keinen Bock mehr, weil ich alles irgendwie kaputt gemacht hab Goldäpfel gegessen ein Goldäpfel aber übrigens danke für die 20.000 Abonnenten kein Problem immer gern oh, genau, Thomas hat die Zeit genommen für uns 20.000 Fake Accounts zu erstellen nein, nicht 20.000, 19.000, 45 warum Fake Accounts, ich hab doch hier die 40.000 Abos, die hab ich ja nicht abgegeben also da hab ich da, ich hab ich so das, du hast dann so gesagt, ja, abonniert die mal ja, aber ich hab die mal und weil beim Netflix Play Kanal sicher die Hälfte genau die Videos guckt und dann auch genau das macht also ich hab ja natürlich also ich hab ja natürlich regelmäßige Zuschauer alles meine Kanäle das fand ich guckst du dir dein Video immer selber und so, ja, das gefällt mir du machst immer Kommentare genau boah gutes Video, mach weiter so und dann, 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 dann und dann fühlst du dich selber motiviert genau, und dann im Let's Play sag ich immer, oh, ja, ich hab ja so gute Fans danke für die ganzen genau, danke für die netten Kommentare Sprech Probier under das Kopf der was rausguckt oh, das sah lustig ich glaub das äh, ich glaub das hätt ich jetzt nicht sagen sollen, sonst glauben eure Fans auch noch Nein hä? Unsere Fans sind schlauer als eure als deine als deine meine ich John Paul sind sowieso geschlausten Gunpowel Gunpowel oder was? Die von Paul Skilpinkel 24 Maratio und wie ich einfach nicht springen soll einfach die Checkpoints ausnutzen also ich habe es bis zum Checkpoint geschafft ja weil ich so cool bin und den war geholfen die Netta ich hab den Lever geholt und jetzt brauchte ich den hier und hab die Tür aktiviert jetzt muss ich den einfach mal hier aus der Sicherheitserung aus ja ich hab hier Wolle und Leiter bekommen ich hab grad einen guten Lauf ich nicht oh warte kannst du das nochmal alles in die Kiste tun dann kann man so tun als wäre ich hier als erstes gewesen also sneek mich mal eben an den Rand so ok ach komm mal hier Congratulations you missus oh der ist als erstes gemacht krass er ist ja nicht so als hättet ihr das aufgenommen oder so und die Tonspur ja nein das ist Sneak Peek over there Boah Leitern und Wolle boah fick dich das ist doch perfekt da müssen wir eh hin in die Richtung warte ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich bin zu dumm ne aber ernsthaft wir müssen da vorne hin Jonas ja ja genau genau da steht dass man dahin soll wenn man die ganze Map geschafft hat kam hier und ist da oben schon die ganze Map gelebt ja ich war auch nicht da oben ist ok habt ihr jetzt hier kühle Wolle und dann fürchtet wo müssen wir die hin setzen way ja gar keine Hinge das ist ja fast wie bei den Trump oh mein Gott ist jetzt schon vorbei ich sage auf jeden Fall Dank fürs Zuschauen ihr Sweeties Abonniert meinen YouTube-Channel, ich stelle jede Woche meinen Kajal des Monats vor. Ja, du bist mein Kajal des Monats. Nicht Kanal, Kajal. Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Schlapp dich mit dem Apfel. Guckt bei Thomas vorbei, oder? Tschüss. Tschüss. Und die, die bei... Oh, Leute, jetzt bleib mal ein bisschen seriös. Auf jeden Fall, die, die bei mir gucken, guckt auch bei denen da vorbei. Mal gucken, ob ich so verlinke, wenn ich Bock drauf hab. Wenn du dran denkst, selbst wenn, dann ist auch egal. Achtet, Leute, ich baue jetzt was Cooles. Eine gute Sache. Ich weiß, mir fehlt noch Wasser. So. So, der Skillpinkel. Ja, ich hatte noch Blue. Ja, ein Katapult. Raus, Thomas, raus. Das ist mein Katapult. Ja, du darfst das nachher. Oder wir machen was zusammen und Tobias drückt drauf. Tobias drückt mal auf den Button. Oh, das ist auch schön. Okay, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.